Hallo, ich bin der Carsten. Ich arbeite als Softwarearchitekt bei ITEMIS und in meiner Freizeit spiele ich Handball. In meinem Beruf ist es natürlich so, dass man viel im Büro ist und als Ausgleich muss man sich mit Sport fit halten. Wenn man mich so fragt, was ich so sportlich mache und ich sage, ich bin Handball-Torwart, dann hält man mich normalerweise für bescheuert. Man denkt, das ist sehr stark verlässungsgefährlich, aber ich denke, im Handball ist das die ungefährlichste Position. Ich habe übrigens auch meine Frau damals beim Handball kennengelernt. Sie ist ebenfalls Torhüterin und spielt mittlerweile hier im gleichen Verein. Ich habe übrigens auch meine Frau damals beim Handball-Torwart.